Economic Challenges, der Podcast des Handelsblatt Research Institutes. Bert Rürup, der Chefökonom des Handelsblatts, diskutiert mit Michael Hüther, dem Direktor des Instituts der deutschen Wirtschaft, wöchentlich aktuelle wirtschaftliche Herausforderungen. Für Deutschland wie für die Weltwirtschaft. Ja, hallo meine Damen und Herren, hallo lieber Michael. Hallo lieber Bert. Liz Truss hat in der vergangenen Woche nach 45 Tagen ihr Amt als britische Premierministerin aufgegeben und damit immerhin George Cunning abgelöst, der Anfang des 19. Jahrhunderts immerhin 119 Tage im Amt war. Nun ja, ich würde gerne mit dir über die Gründe ihres Scheiterns reden. Die Vorbilder von Miss Truss waren bekanntlich Edward Heath und Margaret Thatcher, die vor fast 50 Jahren festgestellt hatten, dass Großbritannien in einer Mischung aus Inflation und Stagnation, also in einer Stagflation steckt, einer ähnlichen Situation, die wir jetzt auch haben. Und diesem Problem wollte sie, wie seinerseits Maggie Thatcher, mit Steuersenkungen und kreditfinanzierten Ausgabenprogrammen begegnen. Also das, was man klassischerweise Angebotspolitik nennt. Oder nach dem Motto Trickle Down. Wenn du willst, dass die Spatzen was zu essen haben, muss man nur die Pferde füttern. Und deswegen hat sie ein Programm vorgeschlagen, den Spitzensteuersatz deutlich zu senken, dann die geplante Erhöhung der Körperschaftssteuer abzusetzen, 40 neue Investitionszonen mit niedrigen Steuern und niedrigen Auflagen zu schaffen. Der Spitzensteuersatz wollte gesenkt werden, das ganze gesamte angebotspolitische Programm. Und was war die Reaktion? Ja, die Aktienmärkte brachen zusammen, das Pfund verfiel. Und die Bank of England musste stützende Käufe tätigen bei britischen Staatsanleihen. Wie kannst du das erklären? Ist das ein Misstrauen gegen die Person oder ein Misstrauen gegen die Politik? Oder noch drittens ein Misstrauen gegenüber den Perspektiven der britischen Volkswirtschaft als Standalone-Ökonomie? Denn das darf man ja auch nicht vergessen. Das ist ja durchaus in den Perspektiven eher begrenzt, was man für die da sehen kann. Also erstmal denke ich, kann man nicht einfach Rezepte der Vergangenheit aus dem Schrank holen und ohne auch Verknüpfung in der eigenen Partei und Hinterlegung in den Diskursen der Fraktion so etwas machen. Das wäre Handwerkszeug nicht gelernt. Das ist erstmal Handwerkszeug, ja. Aber damit wird ja deutlich, dass das nicht wirklich fliegt. Das war das eine. Das Zweite ist, ich kann mich nicht erinnern, dass so abrupt, außer vielleicht 1992, 1993, als der George Soros dann gegen das britische Fund spekuliert hat und es erhebliche Verunsicherung in den Währungsmärkten gab, von einem auf einen Tag die Währung so runtergeht. Also da war ja fast Parität zum Dollar, 1,07. Wir sind jetzt wieder bei 1,12. Das ist aber auch weit weg von den 1,4 vor einem Jahr. Ja, aber es ist runtergebrettert auf 1,09 nach diesen Operationen. 1,07 sogar, ja. Es war ganz, ganz, aber ist dann auch wieder hoch, weil man sofort korrigiert hat. Gleichzeitig haben die Renditen der Staatsanleihen quasi von 3,5 Prozent auf 4,5, also 100 Basispunkte gesprungen. Das zeigt, ich glaube, es ist wirklich ein massives Vertrauensproblem, dass die Politik hat, dass die Handlungsfähigkeit dieser Regierung betrifft, die ja auch keine breite oder zumindest in den Umfragen erkennbare Unterstützung hat. Den Johnson hat man irgendwie akzeptiert als lustigen Vogel, der da rumhampelt, einige Dinge gemacht hat, aber hier sind die Dinge aus dem Ruder gelaufen. Und das ist auch so wahrgenommen. Ja, aber noch einmal, ist diese Reaktion der Märkte ein Misstrauen gegen die angebotsseitige Politik, das durch Erleichterungen wirtschaftliche Stimulierung zu erzeugen, oder ist es ein Misstrauen gegen die handwerkliche Unfähigkeit der Premierministerin? Das kann ja zwei Ursachen haben, warum die Märkte so kann. Und dann kann es vielleicht auch noch eine dritte Ursache geben. Ist vielleicht nicht das Pfund eine sehr kleine Währung geworden, die sich solche Experimente gar nicht mehr leisten kann? Gut, nun war sie ja nie viel größer, aber die Frage der Bewertung, das meinte ich ja mit dem dritten Perspektivenansatz der britischen Volkswirtschaft außerhalb der Europäischen Union, ist natürlich eine andere und trotz, sagen wir mal, durchaus günstiger Arbeitslosenquotenentwicklung. Aber die Frage, wo das Wirtschaftsmodell hinführt, welche Wachstumsstärke da ist, die stehen ja im Raum. Ich denke, man kann das nicht alleine mit einem Misstrauen der Regierung gegenüber artikulieren, sondern es ist diese Mischung aus handwerklichen Fehlern. Das sind eigentlich wirklich, glaube ich, alle drei Gründe, und die werden wir jetzt nicht gewichtet auseinandernehmen können. Aber alleine das Misstrauen gegen die Regierung hätte die Märkte nicht so in Schwung gebracht, sondern es muss auch damit stehen, dass das so nicht funktioniert. Also dass der Glaube, in einer schwierigen Gesamtlage mit so extremen Fiskalmaßnahmen agieren zu können, dass das funktioniert, das trägt zu kurz. Und ich glaube, da liegen dann auch die Nerven blank. Das ist ja ohnehin so. Wir haben einen Kurs, den die Notenbanken gehen müssen, die die Zinsen erhöhen. Wir haben letzte Woche über diesen neuen Policy-Mix in der Makropolitik gesprochen, also restriktiver Geldpolitik. Da haben wir ja eigentlich gesagt, ja, dazu gehört eine durchaus dann expansivere, kompensierende Finanzpolitik, aber nicht kopflos. Und so wirkte es ja, was der da vorgetragen hat. Das schien ja auch sozusagen Mr. Quarteng oder wie der Quarteng-Call, das war dann ja wie vom Himmel gefallen. Und das funktioniert nicht. Ich meine, wir haben bei den Anteilen der Zinszahlungen beispielsweise in Großbritannien, die waren bei 1% am National Income. Die gehen jetzt perspektivisch hoch auf 4%. Also auch da ist dann eher die Frage mit im Raum, kann man das überhaupt machen? Funktioniert das überhaupt? Also es ist auch ein Misstrauen in der gegebenen Situation einem solchen Politikansatz gegenüber. Also ich würde doch noch einen anderen Punkt sehen. Ich würde sagen, es ist auch ein gewisses Misstrauen gegen das britische Fund. Es ist eben nicht mehr die Weltwährung, die es vor langer, langer Zeit war, bis nach dem Ersten Weltkrieg. Aber es ist eigentlich eine kleine Regionalwährung geworden. Und ja, da kann man solche Experimente, wie sie die USA erfolgreich machen, wie sie möglicherweise auch die, sagen wir mal, Europäische Währungsunion machen könnte, kann sich so ein einzelnes, relativ kleines Land wohl nicht mehr leisten. Das könnte natürlich auch Grund für die Reaktion der Märkte gewesen sein. Das ist durchaus plausibel, Bert, weil wenn du mal die Aussichten für den Schuldenstand nimmst, dann geht der auf 100% im 2026, 2027 mit einem solchen Programm. Das ist für die USA, wie du es so sagst, würde das die Kapitalmärkte nicht in Unruhe versetzen. Weil die größte amerikanische Volkswirtschaft, die Power der Währung, das ist die Weltwährung. Wir haben ja mal vor einer anderen Runde in anderer Zeit schon mal darüber diskutiert, welche Rolle der Euro da hat und dass das immer noch nicht da ist, wo sich das viele vielleicht gehofft haben. Der Dollar ist die Weltwährung, es wird den Dollar faktoriert. Das britische Fund ist in der Tat in dieser Rolle deutlich beschränkt. Und insofern ja, ich glaube, das ist ein überzeugendes Argument zu sagen, das ist dann ein sehr labiler Markt, der ohnehin natürlich bei den Dingen, die wir überall an den Anleihemärkten, an den Märkten für Staatsanleihen erleben, dass die Zinsen steigen, dass die Kurse verfallen. Das sehen wir ja verstärkt sozusagen in der letzten Zeit, weil einfach der Zinsvater ein anderer sein muss. Und dann in einer solchen Situation, eine solche Verunsicherung, das äußert sich dann in der Währung und im Excel-Kurs. Insofern ja, das halte ich für sehr plausibel. Ja, das bedeutet also, sie müsste auf eine ganz traditionelle konservative Politik wieder zurückfallen. Und das würde natürlich, sagen wir mal, das Wiederbeleben der Wirtschaft doch deutlich verzögern. Und es kommt natürlich noch hinzu, sie wollte ja auch einen Schlag zu viel. Sie wollte ja auch den Vertrag mit der EU, den wollte sie ja auch aufkündigen. Und sie hat also, glaube ich, ein bisschen zu viel gewollt. Sie hat sich wahrscheinlich in die Rolle einer Weltmacht Großbritannien zurückgedacht, was es wohl nicht mehr ist. Nämlich Großbritannien ist mittlerweile ein mittelgroßes Land geworden. Ja, ja. Und vielleicht hat sie auch, du hast es eingangs erwähnt, auch in Margaret Thatcher ein Vorbild gesehen, das hier auch nicht mehr funktioniert. Ich meine, sie ist ja auch bekannt gewesen aus ihrer früheren Verantwortung heraus, dass sie dann durchaus tough auftritt und sagt, wie es geht. Das ist so ähnlich wie Margaret Thatcher. I want my money back. Und dann hat sie auch ihr Geld teilweise tatsächlich zurückbekommen. Selbst mit Mitterrand und Kohl, die sich ja alle nicht, die zumindest mit ihr nicht so viel Spaß hatten. Aber das war hinter anderen Zeiten in den 80er Jahren. Da waren die Gleichgewichte in Europa noch größer. Das war das nicht wieder Vereinigte, sondern das geteilte Deutschland. Es war Frankreich unter Mitterrand, das wirtschaftlich schwierig dastand, zumindest in seiner Anfangsphase. Und sie hatte dann ja das Land saniert. Sie hatte ja was vorzuweisen und hatte dann mit dieser Kraft auch diese Auftrittsmöglichkeiten und konnte im Grunde eine größere Rolle spielen, als es eigentlich auch damals schon Großbritannien zuzuordnen war. Und ich glaube, da hat sich Mrs. Truss auf ein falsches Vorbild eingelassen. Das geht nicht mehr. Das trägt nicht mehr. Da muss sie andere Leistungen erbracht haben. Die hat sie aber bisher nicht erbracht. Aber was man natürlich auch daran ableiten kann, ist auch ein ganz interessanter Befund, ist, ob eine Politik funktioniert, hängt nicht nur von der Politik ab, von der Konzeption, von der Komposition, sondern auch davon, wann und von wem sie implementiert wird. Ja, ich glaube, das ist ein ganz entscheidender Punkt, weil wir ja vielfach auch als Ökonomen immer in der Gefahr sind, dass wir mit unseren theoretischen Konzeptionen glauben, die seien in Raum und Zeit unabhängig, die sind nicht gültig und wirksam, sie müssten nur gut kommuniziert werden. Natürlich ist das dann auch ein zweiter Teil, aber erstmal muss es auch in die Zeit passen. Es muss auch eine grundsätzliche Aufnahmebereitschaft geben. Du kannst nicht gegen die Mehrheit eine Politik machen, die sie nicht versteht, deren tieferen Sinn sie nicht erkennt und wo die Erträge erst Jahre später zu sehen sind. Das ist häufig so. Und deswegen muss man immer sehr genau schauen, wo sind einzelne Schritte, die man machen kann? Wie zerlegt man ein Konzept, um es dann umzusetzen? Und vor allen Dingen, wer macht es und mit welchen Haltungen und welchen Rollenwahrnehmungen? Und ich glaube, die hat irgendwie gedacht, sie kann jetzt hier die ganze Taffel spielen. Sie ändert, sie übernimmt quasi Boris Johnson. Sie muss nur die gleiche Politik machen, dann hat sie den gleichen Erfolg. Ja, oder sie nimmt quasi nur das Klorneske raus von Boris Johnson. Und so einfach ist es dann halt auch nicht. Und das ist, glaube ich, ein wirklich spannender Punkt. Und was kann Politik wann und wie tun? Man kann es ja bei uns auch ein bisschen übertragen. Gelegentlich wird gesagt, naja, der Scholz kommuniziert so wenig wie Merkel. Aber es geht halt nicht mehr. Merkel konnte es. Da hat man irgendwie am Ende das akzeptiert, dass sie nur begrenzt, gezielt kommuniziert, auch eigentlich nie wirklich erklärt, was sie warum für sinnvoll hält. Und er scheint jetzt langsam zu begreifen, dass er das auch anders tun muss. Also wenn zwei dasselbe tun, sind noch nicht dasselbe. Da gibt es auch den schönen Spruch. Aber es ist nicht das Gleiche. Deswegen, glaube ich, muss in jeder Situation auch klug geschaut werden, wie man Politik intoniert, welche Perspektiven man dahinter legt. Und das wirkt im Augenblick zum Beispiel bei uns ja auch alles sehr erratisch. Also die haben ja immer nur alles Glück, dass bei uns die Strukturen stabiler sind. Ja, aber es ist, glaube ich, schon, also der Fall Trust wird meines Erachtens in die Lehrbücher eingehen. Der besagt nämlich, der Lehrsatz wird sein, Angebotspolitik oder Nachfragepolitik kann man nicht sagen, welches die bessere ist. Es hängt in der Tat vom Setup, vom Umfeld und auch von der Person. Das ist ganz interessant. Das ist schon ein interessanter Punkt, weil wir immer meinen, es gibt eine herrschende wirtschaftstheoretische Doktrin, der muss man folgen. Und hier lernen wir, nee, es kommt nicht auf die Doktrin an, es kommt auf die Person an, die sie vertritt. Und eben auch noch auf die Umstände. Und das ist schon ein ganz interessanter Befund. Naja, und die Umstände, die müssen natürlich auch eine relativ klare Sprache sprechen. Also ich nehme mal, als Margaret Thatcher 79 Premierministerin wurde, dann schaute das Land auch ziemlich trübe 70er Jahre zurück. Es war im Streik festgefangen, es war zum Teil in Händen der Gewerkschaften. Arthur Scargill hieß der, der von ihr dann kürzer gemacht wurde, sozusagen faktisch. Und die Labour Party war in sich zerstritten. Das Land war in keiner guten Verfassung. Also ich kann mich erinnern, als Schüler, dann war 1977 in London gewesen zu sein. Kinderlandverschickung. Dann lagen die Müllen, ja, das war gar nicht so richtig Kinderlandverschickung. Also es gab ja bei uns auch genug zu essen, aber es waren vor allen Dingen. Sprachliche Kinderlandverschickung. Man fiel einem auf, dass die Müllsäcke rumliegen, also die Müllabfohren streikten. Das war ja ein wesentliches Kennzeichen. Und vor dem Hinterdruck hatten die Leute den Eindruck, hier muss jetzt mal etwas grundsätzlich anders werden. Und das hat Margaret Thatcher erfüllt. Dann auch, dann hat ihr der Falklandkrieg geholfen, dürfen wir auch nicht vergessen. Das war ja, 83 war ja auch so außenpolitische Themen sind ja häufig hilfreich, wenn du innenpolitisch etwas taffere die Dinge machen musst. Und dann hat sie 86 mit dem Big Bang, die Londoner City im Grunde, freigeschaufelt, handlungsfähig gemacht, zum Finanzzentrum der Welt gemacht. Und das ist bis heute, trägt das ja, aber es zeigt auch die Kehrseite, nämlich die Kehrseite dieses britischen Modells ist, dass du in den Midlands keine ökonomischen Perspektiven hast, dass es wirklich der Großraum London ist. Wir haben mal fiktiv, machen wir mal aus Jux, mal gerechnet, was denn passieren würde, wenn man den Großraum London aus Großbritannien, also für einen Königreich rausrechnet, dann reduziert sich für alle anderen Briten das Pro-Kopf-Einkommen um über 10 Prozent. Das ist ja erheblich. Und diese Verdichtung ist natürlich Folge dieser Maßnahmen. Sie hat im Grunde, hat Margaret Thatcher eine Deindustrialisierung eingeleitet. Sie hat auch die Frage der Konfliktbewältigung im Land auf eine Weise gelöst, wo man sagen kann, ist die auch wirklich nachhaltig. Also Gewerkschaften sind weitgehend entmachtet und hat London zum überhitzten Zentrum gemacht. Das heißt, dieses Land lebt als Finanzzentrum von der City, auch noch nach dem Austritt aus der Europäischen Union. Da hatte ja London quasi die besondere Funktion noch auch durch dieses Hinterland. Das wird ja auch eher abnehmen. Also die Frage ist ja eigentlich, was für Antworten gibt die Politik auf diese strukturellen Herausforderungen. Die Schwierigkeiten auch, die sich mit Nordirland auch durch die Handelsfragen ergeben in dem Zusammenspiel mit der Europäischen Union. Und die eigentlichen Lasten aus dem Brexit sind ja noch gar nicht angekommen. Also dass Leute nicht da sind und so weiter. Insofern gibt es eigentlich, das ist ja das Spannende in Großbritannien, durchaus zentrale wirtschaftsstrukturelle Fragen, die eigentlich übergangen wurden. Und wir haben ja auch eine soziale Absicherung, die ja nicht, Verbesserungsfähigkeit ist, ja. Allein der National Health Service, da sollten ja 300 Milliarden Pfund mehr eingespeist werden, die angeblich nach Brüssel gar nichts von dem Geld ist je umgesteuert worden. Und findet dort statt. Es ist ja im Grunde immer noch eine Klassengesellschaft. Das darf man ja auch nicht verkennen. Also die Durchlässigkeit in Großbritannien hat ja auch noch erhebliche Grenzen oder erhebliches Potenzial, je nachdem, wie man das beschreiben will. Und in dieser Situation muss man, glaube ich, andere Antworten geben, als nur irgendwie ein Mini-Budget und so einen fiskalischen Big Bang. Weil du hast gesagt, es geht in Lehrbücher ein. Ich habe hier so eine Grafik vor mir liegen. Britain Government Bond Deals. 30-Jährige, 10-Jährige, 2-Jährige. Allein so ein Bild, das ist nur drei Tage. Und in drei Tagen springt das rauf und runter um 100 Basispunkte. Das muss man schon mal hinkriegen. Also insofern wird dieses Politik-Event wirklich in die Bücher eingehen. Zeigt aber auch, dass man so Politik heute nicht mehr machen kann. Ja, aber ich glaube, es wird noch weitere Folgen haben. Nämlich, ich kann mir nicht vorstellen, dass sie über die volle Distanz gehen wird. Das kann ich mir eigentlich nicht vorstellen. Und die Konservativen haben so ganz tolles Reservepersonal nicht. Ich glaube schon, dass da auch ein politischer, sagen wir mal, Regimewechsel mit verbunden ist. Aber ob das zwingend für das Land besser sein wird, das weiß ich jedenfalls nicht. Nämlich, das Krebsübel ist ja doch letztlich das Ausscheiden aus Europa. Die Konsequenzen, die ploppen ja jetzt immer weiter auf. Könnte es sein, dass dieser Flop, den sie hier hingelegt hat, nicht nur perspektivisch zu einem Regierungswechsel führt, sondern auch möglicherweise wieder zu einer Annäherung Großbritanniens an die EU? Das ist ein interessanter Gedanke, den du da hast. Das wäre eine mutige These, mit der wir heute noch vielleicht am Ende uns befassen, ob es nicht zu einer Rückkehr Großbritanniens kommt. Ich meine, man kann ja auch noch die geopolitische Lage mit dazunehmen. Natürlich kann man sagen, die britische Armee ist die einzige in Europa, die überhaupt einigermaßen einsatzfähig ist und ernst genommen werden kann. Vielleicht die französische noch ein bisschen, aber unsere jedenfalls derzeit so nicht. Also auch das ist eine Frage, ob man da nicht die Kräfte bündelt. Aber diese Standalone-Strategie war ja auch immer ein bisschen auf der Grundlage formuliert worden oder gesetzt worden. Nein, wir werden dann mit unserem Special Relationship Partner in den USA die Dinge vertiefen. Aber die haben sich ja abgewandt von Europa. Ja, auch dort ist ja die Frage, was ist eigentlich die Interessenlage der Amerikaner? Die gucken ohnehin Richtung Pazifik. Und dann schauen sie, wenn sie nach Europa schauen, würde ich mal sagen, eher auf das dann größere Europa, das eigentlich andere und bessere Potenziale hat als Großbritannien, das ja dann auch eine kleine Ökonomie ist. Das muss man ja auch nochmal beschreiben. Du hast eben gesagt, es ist ein kleines Land währungspolitisch, ja. Aber es ist ja auch verglichen mit den Potenzialen, die die Europäische Union hat. Wenn es nicht ganz verkehrt macht, wenn wir hier irgendwie ordentlich über diese Kriegskrise hinauskommen, doch eine ganz andere Aussicht als das, was die Briten bilden. Also insofern ist ja diese Special Relationship auch nur eine historische Reminiscenz, die heute nicht unbedingt trägt. Und von daher in der Tat, was ist eigentlich das Bild mit dieses Greater Britain in the world? Wie wollen die sich eigentlich positionieren? Und da höre ich auch nichts zu. Also man müsste dann fragen, ob aus dem Brexit der, wie würde man das nennen, der Bantry wird, nicht? Der British Entry. Ja. Naja, aber wenn jetzt, sagen wir mal, die Sozialdemokraten wieder drankommen, es spricht ja einiges dafür. Allerdings die führende Persönlichkeit, die sehe ich bei dieser Partei eigentlich noch nicht. Sie ist ja personell auch etwas entkernt. Aber die Konservativen werden das, glaube ich, aus verschiedenen Gründen lange nicht mehr machen. Sie haben sich also diskreditiert personell und auch, wie gesagt, konzeptionell. Meine Abschlussfrage wäre dann eigentlich, könnte das wieder zu einem Aneinanderrücken zwischen Großbritannien und eben der EU führen? Weil die militante Gegnerschaft, die Johnson an den Tag gelegt hat, die ist ja wohl vorbei und möglicherweise auch nicht mehr zu rechtfertigen. Ja, und auch dieser Nigel Farage hat ja, wenn ich das richtig sehe, nicht mehr diese Bedeutung. Es scheint ja aber so zu sein, dass die britische Bevölkerung unverändert so 50-50 gespalten ist. Man kann ja nicht alle naselang Referendum machen für Eintritt und Austritt. Aber vielleicht müsste man sich einen Vertrag vorstellen, der halt doch eine größere Integration vornimmt. Also es ist vielleicht kein Bantry, kein British Entry. Aber allein das Nordirland-Probleme aus der Welt schafft mit der komischen Zollgrenze. So solche Dinge und zwar nicht. Und das ist für mich auch eine wichtige Botschaft aus dieser Schwäche von Trust. Sie ist ja angetreten nach dem Motto, das wird sich jetzt mal ganz scharf durchziehen und da die britischen Interessen artikulieren. Was sind eigentlich die britischen Interessen? Denn sie müssen ja lernen, dass sie eigentlich doch in der Kooperation weiterkommen. Also insofern, ja, da liegt eine Chance. Wir wissen im Augenblick nicht, wie handlungsstark dann ein Labour-Premierminister sein wird. Es war ja auch lange interessanterweise zu Margaret Thatcher's Zeiten, sie ist ja bis 1992 Premier, also relativ lange. Ich glaube, die längste Zeit mit 13 Jahren. Ja, von 79 bis 90. 79 bis 92. Bis 92, glaube ich. John Major ist dann, die Wiedervereinigung hat sie ja noch mit begleitet, weil sie ja gar nicht verhindert hätte. Sie ist, glaube ich, 92. Also egal, das ist über eine Dekade gewesen. Und sie hat in der Zeit ganz viele Oppositionsführer auch verschlissen. Das haben wir ja nicht vergessen. Da gab es ja immer alle möglichen Leute und Neil Kinnock und John Smith. Und aus denen ist dann nie was geworden. Jetzt haben die Konservativen aber gar keine starke Figur mehr. Das wäre zumindest die Chance, wenn sie den Mut hätten, einen herauszustellen, der hier eine pragmatischere Politik zur Besserung der Lage möglich macht, ohne da so Extremschritte zu machen, wie sie das jetzt versucht hat. Also ich glaube, das Modell ist generell zu Ende. Und insofern, ja, wäre eine ganz spannende Perspektive. Ja, aber das wäre auch ganz schön. Das heißt, also eine schlechte Politik kann auch gute Folgen haben. Und für mich, ich sehe diese guten Folgen, dass sich perspektivisch, wenn es hier einen politischen Regimewechsel gibt, das gegenwärtig doch erkaltete Verhältnis zwischen der EU und Großbritannien sich wieder ein Stück weit erwärmen würde. Und das könnte eigentlich nur allen nützen. Das könnte allen nützen, aber vielleicht ein letzter Gedanke. Natürlich haben die Europäer auch gelernt, dass ohne die Briten manches auch ein bisschen einfacher sein kann. Das darf man ja nicht vergessen. Das ist wohl wahr. Gerade in Verteidigungsfragen war es alles mühser. Also selbst PESCO, die gemeinsame Beschaffungspolitik, die ja notwendig war. Ich meine, wir zahlen ja, wir geben in Europa die Hälfte des amerikanischen Militärbudgets aus und haben aber nur ein Viertel der Wirkung, den die amerikanischen Verteidigungsausgaben haben. Das ist einfach ineffizient. Wir haben viel zu viele Waffensysteme. Und das ist immer von Europa versucht worden und massiv gescheitert an den Briten. Gut, die anderen sind da auch nicht leichter. Und Macron, der ja mehr von Problemen als von Lösungen her geprägt ist im Augenblick, ist da auch nicht gerade hilfreich. Aber das darf man nicht vergessen. Es ist für manche auch leichter geworden. Die Briten haben ja immer eine eigene Rolle in der europäischen Integration. Das hat manchen Deutschen gefallen, weil sie manche andere Dinge zurückgestellt haben. Und es ist ja auch manches fragwürdig, was aus Brüssel kommt. Aber ich glaube, das darf man auch nicht vergessen. Die Zeit ist dann so, dass auch die Europäer sagen, also ja, eine Annäherung schon im sinnvollen Bereich. Aber dann müssen wir da auch verlässliche Partnerstrukturen haben und nicht nach dem Motto, nächstes Mal kommt nicht List, sondern dann kommt eine andere um die Ecke und die macht, versucht dann wieder sowas. Das funktioniert dann nicht. Also ich glaube, es wäre nochmal eine Frage, wie man den Vertrag der Kooperation zwischen dem Vereinigten Königreich und der Europäischen Union neu gestaltet, ein neues Strick. Das muss man auch wollen. Da muss man ein Verhandlungsmandat haben. Ich fände es eine gute Idee und wäre auch ein Angebot an die Regierung in London. An die Idee hat Frau Tras bestimmt nicht gedacht, aber das war ein versöhnliches Schlusswort. Vielen herzlichen Dank. Ich danke dir. Ja, meine Damen und Herren, Wenn Ihnen die Gespräche, die wir führen, über ökonomische Themen gefallen, dann habe ich dann noch ein neues Angebot für Sie, was Sie interessieren könnte. Nämlich mehr aktuelle Wirtschaftsinformationen finden Sie unter handelsblatt.com slash global und natürlich in den einschlägigen Hinweisen in meinem wöchentlichen Newsletter der Chefökonom. Liebe Hörerinnen und Hörer, wenn Sie Lob, Kritik oder Themenwünsche haben, dann schreiben Sie uns doch gerne oder schicken Sie uns eine Sprachnachricht an chefökonom.handelsblatt-research.com Die Adresse finden Sie auch in der Folgenbeschreibung. Die Adresse finden Sie auch in der Beschreibung. Die Adresse finden Sie auch in der Beschreibung.